es denn die leute und nicht nur mal nämlich ich wollte mich bedanken die 300 das ist sehr besonderes für mich ich denke euch von großem Herzen ich wollte mich ein bisschen vorstellen also mein Name ist Sari ich bin 12 Jahre alt und ich mache Youtube also mein Hobbys soll zeichnen ich bin einfach Fortnite als Hobby wir starten ich danke euch für die 100 Abonnenten das ist für mich was sehr großes vielleicht wie gesagt nicht für jeder sowas großes aber ihr macht mich so glücklich deswegen ja ja es kommt mal so ein Kommentar wo gesagt wurde ja spiel mal das das ich hab das Game nämlich nicht also nicht ist jedes gängiges Spiel wenn ihr Bock habt kann ich auch Call of Duty Black Ops 4 oder so 3 spielen das könnte ich spielen aber halt die Story aber halt die Story also ja ja das ist Spiel also ich sag mal so ich spiel ich spiel mal die nächsten paar Tage auch was anderes aber ich wollte einfach heute nur Dankeschön sagen für die 3 Wetterbrennen ja genau deswegen ja genau deswegen 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 es war für mich so was Schönes für euch schön täglich Videos zu machen es ist für mich so was Schönes und ich bin dankbar dass ich euch täglich in Content bringen kann es ist für mich so was Schönes und es bedeutet für mich so sehr schön es ist ich danke euch vom großen Herzen da ist einer ne 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 das mach ich jetzt nicht danke da kommt doch bestimmt k komm da komm da komm hab ihn ich bin ich bin naja 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 also for eine Ich habe kein... Oh nein! Nein, wieso springe ich nicht? Nein, 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 nein! Nein, nein, bitte nicht! Ich will doch ein bisschen spielen. Was ist hier jemals? Kiste, Kiste! Oh ja, genau, das brauche ich gerade, wenn jetzt jemand kommt, ne? Ich bin verloren. Schei... the best. Okay, lasse sein. Okay, das ist hier. Okay, das ist hier. Okay, ich bin gleich. Schnell weg, bitte schnell. Einfach weg da. Einfach weg. Einfach weg. Okay. Wie soll ich mich jetzt fielen? Ach du. Was war das? Okay. Das war ich. Ah, hier. Genau. Das kann ich auch. Gleich. So. Wenigstens ein bisschen Leben haben. Ein bisschen habe ich. Ja, Leute. Schreibt es doch in die Kommentare, was für Spiele ich spielen soll. Als nächstes. Oh, ja. Geil. Hey, die brauche ich nicht mehr. Okay. So. So. Uff. So. Soll noch nie mal kommen. Ich bin bereit. Wo sollt' ich hingehen? Da ist... Ja, ich geh mal hier hin. Ah, hier ist ein Boot. Das ist lecker. So. Reinsboot. So. 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 Ich glaube nicht, dass es für das Boot sehr gesund ist, auf... Alter! Nicht auf Wasser zu fahren. Nämlich auf viel Gas. Feuer! Da ist ne Küste. Die kommt schon schnell weg. Nämlich auf der Kur. Wo ist denn die Küste? Hä? Wo ist die jetzt? Ach so. Genau. Ja, das nur nicht mal. Das... Ah, warte. Das kann ich halt auch gebrauchen. Ja. Wohl warte. Ich mach einfach diesen hier. Ich mach so. Ah, Levelaufstieg. Das ist ja... Gib mir den... Alter! Warte, ich muss... Wo ist er jetzt? Das soll herkommen. Aha. Da bist du. Hallo? 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 Wo ist der Junge? Ist er da? Ach... Ah, Mann! Oh, ich hab mal keinen... Was? Äh... Ähm... Okay... Ich hab gedacht, das war ein Bot. War das nicht? Ah... Da hat doch ein Bot. Alter. Okay, wie auch immer Leute. Tschüss. Ciao. Ehhh... Tschüss. Tschüss.